Hallo liebe Filmfreunde hier ist euer VHISM80 mit einem neuen Mediabook Unboxing Video für euch und ich habe euch ja vor kurzem erst die beiden Mediabooks zu Over the Top und zu dem Film Hedging von Cape Light Pictures und wie mir diese beiden Mediabooks gefallen, da könnt ihr gerne mal einen kleinen Blick riskieren und in dem Paket von Cape Light Pictures war noch ein drittes Mediabook enthalten, nochmal hier vielen herzlichsten Dank dafür und da war nun die neueste Veröffentlichung enthalten und zwar die Adams Family in verrückter Tradition oder auch nur Adams Family und ich muss zu meiner absoluten Schande gestehen, ich habe diesen Film noch nie in meinem Leben gesehen vielleicht mal ausschützweise, aber das war es auch schon, also ich kann mich an diesen Film absolut nicht daran erinnern, ihn jemals gesehen zu haben der Film ist aus 1991, also ein bisschen älter schon und ist ab 12 Jahren freigegeben und hier gibt es eben ebenfalls ein extrem schickes Mediabook von Cape Light Pictures und hier auch mit der ungekürzten Fassung, also hier mit der Extended Cut Fassung, mit der kompletten Szene von der Mamuschka Szene also hier alles komplett enthalten, aber auch die Kinofassung ist auch in diesem Mediabook ebenfalls dabei und zwar nicht nur auf Blu-Res, auch in der 4K Ultra, die erstmals vorliegend und das Cover-Design schaut hier schon mal sehr stark aus, es gibt auch noch eine DVD-Version, das Ganze schaut hier so aus und die kostet gerade mal 9,95 Euro, also auch hier ein Schnäppchen, also wer auch die Film noch nicht kennen sollte und auch hier erstmal sich rantasten möchte, der kann natürlich auch gerne hier zu der DVD greifen und wie gesagt eben auch hier das Mediabook, einmal hier das fertige Produkt und einmal hier das Produktfoto für euch und somit auch hier alles schön gezeigt worden und ja, wir würden mal sagen, wir machen mal die Folie hier runter und Mediabook und DVD kommt am 7.10. in den deutschen Handel heraus also es dauert nicht mehr lange für euch, dann könnt ihr auch das schöne Teil in euren Händen halten und wir machen mal die Folie hier runter und dann gehen wir auch direkt so wie es ist in die Ego-Perspektive über und dann gucken wir uns mal das Mediabook mal ganz genau an bis gleich und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit dem wirklich auch hier sehr schicken Mediabook zu die Adams Family verrückt sein ist relativ und hier eben erstmals in der 4K Ultra HD Auflage mit der Blu-Ray von 2012 und freigegeben die schrägste Familie der Filmgeschichte ist zurück mit dem Extended Cut und der originalen Kinofassung in 4K Ultra HD und das Mediabook kostet im Cable Webshop 32,99 Euro und wie gesagt die DVD kostet gerade mal 9,95 Euro also auch hier kann man wirklich nicht meckern und hier haben wir auch wieder eine Banderole ausruhen die kann man hier wunderbar auch abziehen und somit ist das Mediabook dann komplett befreit von den ganzen verschiedenen Labels drauf also auch hier das Mediabook ist komplett ohne alles zu sehen was sich jetzt sehr schön ausschaut bevor wir zum Mediabook kommen erst mal hier kurz die Banderole hier wieder ein bisschen Vorschau zu dem nächsten Film Vera Cruz und dann drehen wir jetzt hier mal rum und hier geht es schon mal um das Morbid sonderbar und ziemlich verrückt die beliebteste Kultklassiker voll tiefsicherer Gags und kuriosen Ideen hier einmal die Netzangabe zu dem Film und hier ein paar Charakterszenen aus dem Film hier auch und so schauen sie auch aus hier mit dem eiskalten Händchen dann haben wir hier das Bonusmaterial Barry Sonnenfeld präsentiert den Mormon Muschka Extended Cut Barry Sonnenfeld über The Addams Family Feature Kino-Trailer, deutsche Kino-Trailer und 24-seitiges Booklet und hier wie immer die wichtige Information über 4K Ultra HD abzuspielen dann hier die Credits und hier haben wir dann die Inhaltsangabe zu den technischen Daten hier einmal die Ultra HD mit Extended Cut und Kino-Fassung der Extended Cut geht 101 Minuten und die Kino-Fassung geht 100 Minuten und hier auf Blu-ray genau dieselbe Laufzeit so wie schon mal dazu hier oben und auch hier unten eben noch mal die Addams Family draufstehen und somit sind wir schon mal mit der Banderole hier schon mal komplett durch wie links auf Seite und jetzt kommen wir zu dem wirklich auch hier sehr schön designten Mediabook hier mit diesen Ornamenten aber so rum eine wunderschöne Verziehung auch hier mit den schwarz-weißen Fliesen und hier in der Mitte das eiskalte Händchen und hier die komplette Familie die Addams Family und hier wirklich sehr schön gemacht hier hätte es mich auch angeboten dass mir Addams Family auch hier mit einem Glanzeffekt versehen hätte aber ansonsten auch hier wieder ein sehr schönes scharfes Motiv auf diesem Mediabook und auch hier mit diesen Verziehungen hier mit diesen schwarzen Rosen gefällt mir das Ganze hier wirklich extremst gut und macht wirklich was hier auch hier der rostige Design auch von dem Schriftzug auch hier sehr schön gemacht und auch hier oben noch mal bei den weiteren Ornamenten hier oben also auch das gefällt mir richtig richtig gut schaut sehr schön aus auch hier vom Druck her auch wieder hier schöne kräftige Farben und passt wirklich auch sehr gut zu dem ganzen Design von diesem Mediabook wir drehen mal rum dann haben wir hier eben Addams Family leider ein bisschen ein helles Bild hier hat es mir auch angegeben ein bisschen zu dunkler gehalten das Ganze so ein schwarzes Hintergrund mit weißer Schrift haben wir hier das Dualdisk Logo dann das MGM Logo die Bestellnummer und das 4K Ultra HD Logo und auf der Rückseite auch noch mal hier ein schönes Bildchen noch mal hier mit dem eiskalten Händchen hier oben die Spinnweben und wirkt auf jeden Fall schon mal sehr sehr düster und macht auf jeden Fall auch was her hier meine Treppenaufgang noch zu sehen kommt aber im Video etwas heller rüber als es in echt eigentlich wirkt jetzt ist es ungefähr so wie es auch jetzt für mich für meine Augen ist auch hier noch mal eine kleine Spinne und dann schlagen wir jetzt hier mal auf und dann haben wir hier schon mal die Blue Red Dist nee Moment die 4K Ultra HD die haben wir jetzt hier ab 12 in Frage gegeben hier auch eben mit den Spinnweben auf der Disc drauf und dann machen wir mal kurz die Disc raus und hier geht es noch weiter mit Addams Family auf der anderen Seite hier leider keine weiteren Druck drauf aber wird auch so passen und auch das auf jeden Fall auch ein sehr schönes Motiv dann blenden wir hier mal durch und hier unheimliche Musikgänge relativ normal verrückter Lesestoffzug Barry Sonnenfels Adams Family geschrieben von Marco Heiter und hier eben auf zwei Spalten zusammen geschrieben ein bisschen Informationen über den Film auch hier schaut es aus wie ein paar ja Art es gibt es ja noch auf jeden Fall auch das ist ja schön gemacht in schwarz-weiß und hier gibt es auf jeden Fall auch wieder hier sehr viel Text über den Film genau das ist das was mir gefällt auch bei K-Bed Pictures dass man auch hier ein bisschen wenn man es dann über den Film noch bekommt dann das verrückte und hier geht es dann weiter mit ein paar Szenen Fotos wieder dann das unheimliche dann ein teures Schoß Händchen oder Fred als Tier als Haustier genau dann verrückt sein oder nicht verrückt sein das ist die Frage und dann sind wir auch hier schon durch über den Autor und hier haben wir die letzte Seite nochmal hier und dann hier nochmal die Credits und dann haben wir hier nochmal die Blu-Ear-Disc davon diese schaut hier so aus ist identisch eigentlich zu der 4K Ultra HD ein bisschen anders sind die Spinnenweben aufgeteilt und auch hier nochmal ein paar Spinnenweben hier oben an der Ecke auf jeden Fall auch das ein sehr schönes Mediabook geworden zu dem Film Adams Family und jetzt werde ich endlich mal auch hier meine Filmlücke mal schließen und mir diesen Film auch demnächst mal angucken ja das war es von mir mit dem Mediabook und wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm bis gleich ja liebe Filmfreunde das war das Mediabook zu die Adams Family die jetzt demnächst am 7.10. in Deutschland veröffentlicht wird in einem schicken Mediabook oder auch in einer DVD-Version und ein Kauflink findet unten in der Videobeschreibung und ich muss wirklich auch wieder hier sagen ein sehr schickes Mediabook was hier Cable Pictures gemacht hat sehr schönes Design auch von außen und auch von innen und auch recht viel Text auch von Marco Heider geschrieben auch da bin ich schon sehr gespannt was da schon jetzt drinstehen wird und ja jetzt werde ich endlich mal meine Wissenslücke mal schließen und den Film demnächst mal angucken und mir hier vielen Dank an Cable Pictures auch für die Möglichkeit über diesen Film anzugucken wie auch schon bei Ein stiller in der Faust denn der hat mir auch sehr gut gefallen ja das war es von mir mit dem Mediabook zu die Adams Family wie finden Sie denn diesen Film oder auch das Mediabook ihr könnt mir gerne ein paar Kommentare reinschreiben unter das Video und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder bleibt bis dahin schön gesund Tschö mit Ö und beep beep